Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu meinem ersten Tagebucheintrag. Der wird immer kommen, wenn ich nicht was Spannendes erlebt habe in meinem Leben. Und wir fangen heute mit Tag 1 an. Habt ihr schon mal eine komische Geschichte, beziehungsweise ein komischer Eintrag? Ich habe was gekocht und zwar ein Chili, okay? Und ich habe mir so gedacht, ich hatte an dem Tag so richtig Lust auf Nudeln und habe einfach Chili mit Nudeln gemacht. Ich weiß nicht, ihr müsst euch da festhalten. Ich glaube, das hört man jetzt nicht so jeden Tag. Aber Chili mit Nudeln, I don't know, ob ihr das so normalerweise essen würdet. Normalerweise ist man so Brot oder so. Aber Nudeln, naja. Sonst kennt ihr das in die Küche, wo irgendwas, also am liebsten, am coolsten finde ich, ist so eine Küche. Ich habe so einen Aufräumanfall gehabt, vielleicht kennst ihr das, ne? Also die Küche, also nehmen wir das jetzt hier die Küche der Boden, okay? Und dann liegt hier so eine Sache drauf. Ich finde das immer voll cool und schön, das habe ich auch zum Glück geschafft. Wenn die Küche aber einfach nichts da ist, kein Nichts, einfach nichts da steht. Die komplette Kochfläche und alles daneben, alles einfach frei ist, so richtig schön clean. Nicht, dass es ein Glas steht, ein Teller, irgendein, keine Ahnung. Du wisst, was ich meine, da irgendwas steht, ne? Das ist manchmal echt angenehm. Wenn da einfach nichts ist, wo du sehr schnell in die Sau-Stahl-Variante übersteigen kannst, ne? Da liegt ein Brett, da liegt dann ein Messer vom Brot schneiden oder irgendwie sowas, dass ich meine. Man stellt dir dann irgendwas hin, ein Glas was trinken, dann stellt man dort was ab und so weiter. Gibt es einen Jump'n'Run, oha. Sonst habe ich ein bisschen mit meinem Ping zu kämpfen, der in den letzten Tagen ein bisschen eine Achterbahn war. Da wir nichts, verdammt nochmal, nichts machen konnten. Wenn ich irgendwas, zweite Sachen aufmache habe, jetzt habe ich nur mal eingestoffen, das ist super. Sobald ich Spotify veröffne oder irgendwas uploadmäßig anschauen will, Junge. Dann bin ich sowas von Geschichte, geht das Ping auf hier schon 5.000, 10.000 an. Also, ich glaube, okay, guckt mein Internetanbieter in Österreich gerade ein bisschen technische Herausforderungen gegen den Wetterverhältnissen. Aber es passt, es ist halt, man darf jetzt nur mal eine Sache machen im Leben. YouTube-Videos Stream anschauen. Nee, tschüss, Baba, das war's. Ende over. Aber was soll's, ist halt so, so ist das Leben, Mann. Hoffen wir auf, ich biete auf gute Internetseiten. Aber dieses Gift, Mann, das ist eine Giftschlange, Mann. Wäre da eine Giftschlange. Jetzt lauf, jetzt lauf, jetzt lauf, ja, ja. Das Problem ist, ich muss selber laufen, sonst würde ich gerne unterstützen. Wie, du haust mich jetzt? Wenn ich das verliere, höre ich auf. Das war's mit dem ersten Tagebuch, Eintreiter kommt immer, wenn's das zum Gequatschen gibt. Bis zum nächsten Mal, haut rein, wenn es wieder heißt. Oh, jetzt miauert eine Katze, Mann. Oh, wir sind zu faul, Mann. Okay, ist das wirklich eine Katze? Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020